Also wenn ich so eine Funktion, den Graphen, gegeben habe und möchte wissen, ist das Ding umkehrbar oder nicht, da gibt es eine einfache Regel, aber man soll auch wissen, warum die gilt. Also ich habe hier die x-Achse und die y-Achse und ich zeichne jetzt mal so eine Parallele zur x-Achse. Und die schneidet zweimal und dann ist es nicht umkehrbar. Dagegen hätte ich eine andere Funktion, hätte ich so eine Funktion, irgendwie sowas, x, x, y, x, y, dann kann ich hier Schnitte machen, wie ich will. Ich habe immer nur einen Punkt und dann ist sie schon umkehrbar. Also das ist hier umkehrbar und das ist hier nicht umkehrbar. Aber wie gesagt, man sollte auch wissen, warum das so ist. Und jetzt gehe ich mal so zurück auf die Funktion an sich. Bei einer Funktion gab es ja auch die Frage, wann ist eine Funktion eine Funktion? Vielleicht kann man euch erinnern. x, y und sowas, wenn ich jetzt, also bei einer normalen Funktion f von x kann das sein oder nicht, wenn ich jetzt hier eine Parallele zur y machen kann und die schneidet in zwei oder drei Punkten, dann ist es keine echte Funktion. Und warum, weil, ich habe hier den Punkt schon mal sehr genauer und so. Ich habe hier 1, 2 so und die 1 wird abgebildet auf, naja, 1,1. Und hier 1, 2, da ist die 3. Die 3 wird abgebildet auf, naja, 1, 2, 3, ja, 3,5. Also wir haben so eine Funktion, ja. 1 geht auf die 1,1. 3 geht auf die 3,5. Wunderbar. Und die 2 weiß aber nicht, wo sie hin soll. Die 2 könnte hier hingehen, die könnte aber auch da hingehen oder auch da hin. Das heißt, also die 2 geht, ja, was hat sie denn zur Auswahl? So 1,5 oder 2,5 oder 3,5. Genau. Und das ist nicht erlaubt. Also dieser Pfeil muss immer eindeutig sein. Sonst ist es eine Relation, aber keine Funktion. Bei einer Funktion ist es immer eindeutig. Was schon geht, ist, das haben wir bei der Parabel. Also y gleich x². Die 1 wird auf die 1 abgebildet. Und die 2 auf die 4. Mal ein bisschen Platz hier so. Und die minus 2. Minus 2 mal minus 2 ist auch 4. Geht auch auf die 4, aber es ist immer 1 oder 2 eindeutig auf die 4. Also minus 2 auf die 4, die 2 auf die 4, das passt. Ja, die 1 auf die 1. Aber was ich jetzt hier gemalt habe, so entweder oder, dann ist es keine Funktion. Also bei der Funktion male ich den Balken parallel zur y-Achse. Bei der Frage, gibt es eine Umkehrfunktion, male ich den Balken parallel zur x-Achse, weil ich ja im nächsten Schritt, wenn ich sie umkehren möchte, dann wird aus diesem blauen Ding, der parallel zur x-Achse ist, wird ein Balken parallel zur y-Achse. Okay, und dann höre ich jetzt mal an der Stelle auf, mache dann ein zweites Video, wo es weiter geht. Sollt... Sollt ...